Um Mengen aufzuschreiben, gibt es zwei Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Einmal die aufzählende Mengenschreibweise und einmal die beschreibende Mengenschreibweise. In diesem Video werde ich dir die erste dieser beiden Möglichkeiten vorstellen. Bei der aufzählenden Mengenschreibweise ist es so, dass du alle Elemente einer Menge notierst. Dabei werden diese Elemente in geschweifte Klammern gesetzt und durch Kommagetars getrennt. Also wenn du beispielsweise die Menge A bestehend aus den Zahlen 1, 2 und 3 aufschreiben möchtest, dann kannst du folgendes schreiben. A ist gleich, geschweifte Kammer auf, jetzt kommen alle Elemente, das heißt die Zahlen 1, 2 und 3. Diese trennst du dabei durch Kommatars und zum Schluss schließt du die Menge durch eine geschweifte Klammer zu ab. Alternativ ist es auch so, dass du sieben Kolons zum Trennen der einzelnen Elemente nutzen kannst. Das ist insbesondere dann nützlich, wenn du als Elemente der Menge selbst Kommatarszahlen hast. Also nehmen wir beispielsweise die Menge B bestehend aus 0,5 und 2,1. So kannst du für diese Menge B notieren. Bei der aufzählenden Mengenschreibweise ist es auch so, dass es komplett egal ist, in welcher Reihenfolge du die einzelnen Elemente notierst. Auch ist es egal, wie oft du die Elemente aufschreibst. Nehmen wir hier als ein Beispiel die Menge C, bestehend aus den Zahlen 1, 2 und 23. Dann ist es so, dass wir für C auch hätten notieren können, 23, 1, 2. Wir hätten auch Elemente öfters aufschreiben können, also beispielsweise 1, 1, 2, 2, 23. Es ist, alle diese drei Schreibweisen bezeichnen dieselbe Menge C. Alle drei Mengen sind identisch. Der Grund dafür liegt in der Extensionalität von Mengen. Du weißt vielleicht schon, dass nach dem Extensionalitätsprinzip von Mengen zwei Mengen genau dann identisch sind, wenn sie dieselben Elemente besitzen. Nun ist es für die Frage, ob ein Objekt Element einer Menge ist, komplett egal, in welcher Reihenfolge du die einzelnen Objekte notiert hast. Und es ist auch egal, ob du ein Objekt mehrfach oder nur einfach genannt hast. Also in all diesen drei Mengen ist beispielsweise die Zahl 1 Element der Menge. Und die Zahl 4 ist kein Element dieser Menge. Du siehst also auch an diesem Beispiel, dass für die Identität einer Menge es egal ist, wie sie definiert wurde. Es ist nur wichtig, welche Elemente sie besitzt. Faz ziehen Sie an einemils Playstation 4 und dann überden wir uns hin. Das protected genannt aus dem Bild auch nicht! Aber da ist ein Problem, weil man das nicht leicht vielleicht genau betont accountingiert hat nur noch ein Spiel, weil wir das nicht glauben. Aber da sind